Du möchtest gerne früher Feierabend machen? Du willst wissen, wie du als Unternehmer es schaffst, nicht der Erste und vor allem auch nicht der Letzte im Büro zu sein? Dann pass jetzt genau auf. Also, lass uns loslegen. Hallo und schön, dass du bei der Episode wieder mit dabei bist. Du möchtest gerne früher Feierabend machen? Du willst wissen, wie du als Unternehmer es schaffst, nicht der Erste und vor allem auch nicht der Letzte im Büro zu sein? Dann pass jetzt genau auf. Also, lass uns loslegen. Das Erste, was dir einfach mal klar sein muss als Unternehmer, du brauchst einen klaren Fahrplan, du brauchst eine klare Struktur. Wenn du weißt, wo du hin willst, dann wird es für dich viel, viel leichter sein, die tagtäglichen Herausforderungen, die jeder von uns hat und wirklich jeder hat sie, dann auch entsprechend zu meistern. Und deswegen möchte ich dir jetzt einfach mal so ein paar Punkte mit an die Hand geben, wo du für dich einfach überprüfen kannst, nicht nur, ob du das weißt und schon mal davon gehört hast, sondern nein. Nimm das wirklich nochmal als kleinen Spickzettel für dich und mach dir einfach deine Notizen mit vier, fünf Punkten für dich, um zu überprüfen, ob du die Sachen auch tatsächlich so anwendest. Ja, denn am Ende des Tages geht es wirklich nur darum, wendest du die Sachen an und dann kannst du auch entsprechend davon partizipieren. Also, der erste Part, der natürlich recht klar ist und irgendwie auf der Hand liegt, dass du deine Prioritäten entsprechend festlegen musst und überprüfst, was davon kannst du selbst machen, aber auf der anderen Seite auch, was davon kannst du entsprechend abgeben und delegieren. Das ist eine Fähigkeit, die du kultivieren musst, denn natürlich ist es uns irgendwie in die Wiege gelegt zu sagen, ja, wenn du willst, dass es gut wird, dann mach es entsprechend selbst. Aber es limitiert dich natürlich dramatisch in deinen Möglichkeiten. Deswegen musst du überprüfen, welche Themen hast du aktuell auf der Uhr und welche kannst nur du tatsächlich steuern und alle anderen Sachen, die kannst du entsprechend auslagern. Denn es geht wirklich darum, dass du deinen Fokus absolut klar auf das Wesentliche, für dich nur ausschließlich Ausführbare legst. Alle anderen Sachen, die musst du entsprechend loswerden. Und das können teilweise auch Sachen sein, die du extrem lieb gewonnen hast, das können teilweise Dinge sein, die dir besonders viel Spaß machen. Aber glaub es mir, es wird dir noch viel, 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 viel mehr Spaß machen, wenn du eine Struktur etablierst, die auch ordentlich auskommt. Deswegen, geh da wirklich nochmal komplett ran, überprüfe deinen momentanen Stand und überprüfe vor allem ganz wichtig, welche Sachen haben gerade welche Priorität und welche davon kannst du abgeben. Was ein weiterer Part ist, lass dich nicht tagtäglich von irgendwelchen Sachen aus deiner Arbeit herausreißen, vor allem nicht aus deinem Fokus herausreißen. Es ist extrem wichtig, dass du dir wirklich auch Zeitblöcke festlegst, mit denen du dann auch entsprechend Verbindlichkeit dir selbst gegenüber aufbaust. Denn, seien wir mal ehrlich, die meisten Sachen, die irgendwie schief gehen oder wenn du merkst, dass du den Tag recht viel gemacht hast, beschäftigt warst, aber nicht irgendwas Nennenswertes geschafft hast, dann liegt es häufig daran, dass du von irgendwen Fremden gestört worden bist. Die Sachen musst du vollkommen aus deinem Alltag eliminieren. Das heißt, blocke dir Zeit, sorge dafür, dass du störungsfrei dich auch entwickeln kannst und dann wirst du eine hohe Chance haben, die Sachen auch tagtäglich umzusetzen. Ein weiterer Part, den ich immer wieder sehe, gerade bei Unternehmern, mit denen wir zusammenarbeiten, sind diese elendig vielen Meetings. Ja, auch für Meetings. Es gibt eine ganz klare Struktur, Anzahl, Häufigkeit, Dauer. Es ist alles systematisierbar. Das Entscheidende ist, ich würde mir immer grundsätzlich die Frage stellen, muss ich mich überhaupt treffen? Wie viel Abstimmungsbedarf kann ich brauchen? Und wenn ich die Chance habe, ein persönliches Treffen zu vermeiden, was braucht es dafür? Denn, seien wir mal ehrlich, wenn du ein persönliches Meeting hast, ist es unglaublich schwer, sich ausschließlich auf die Arbeitsthemen zu fokussieren. Alle anderen Sachen werden zumeist dramatisch mit mehr Zeit bedingt. So, das heißt, wenn du Zeit spannen willst, wenn du früher zu Hause sein willst und die Zeit vor allem auch für andere Dinge nutzen, dann stelle die Frage, wie viele Meetings brauchst du? Je weniger du hast, desto besser und wenn du sie hast, dann sollten sie auch effizient und geradlinig ablaufen. Ein weiterer, auch sehr, sehr simpler Aspekt, aber mit einem richtig fetten Aber- und Ausrufezeichen versehen, digitalisiere, was zu digitalisieren ist. Das Aber dabei ist das wirklich Entscheidende. Du musst, bevor du anfängst, Sachen zu digitalisieren, zu automatisieren, die Maschinen, sie lösen zu lassen, natürlich auch dafür sorgt, dass es ein sauberer Prozess ist, eine ordentliche Struktur. Die allermeisten Leute denken, ja, Mensch, meine Buchhaltung, das kann ich ja digitalisieren oder die einzelnen Arbeitsaufträge, da gibt es so viele Sachen, die wir digitalisieren können. Aber nochmal, es wird nicht funktionieren. Wenn du keinen sauberen Prozess hast, wenn du keine sauberen Struktur hast und dir vorher mal Gedanken darüber gemacht hast, welche Zutat du zu welchem Zeitpunkt brauchst, dann kann dein Backrezept einfach nicht aufgehen. Und genauso ist es mit deinem Prozess und deinen Strukturen. Das heißt, Automation und Digitalisierung sind immer der letzte Schritt und niemals der erste. Überprüfe daher wirklich, welche Tätigkeiten kann eine Maschine machen und dann überprüfe, welcher Prozess führt momentan dazu. Denn ganz, ganz häufig wird es immer daran scheitern, dass vorne die falschen Sachen in den Prozess reingegeben werden. Und dann kann auch der digitalste Prozess nicht zum Ergebnis führen. Und der letzte Punkt, der uns natürlich besonders wichtig ist, wenn du früh zu Hause sein willst, dann musst du dir auch einfach nur Ausgleich schaffen. Das heißt, deine Work-Life-Balance mal wirklich zu überprüfen und zu gucken. Modell der vier Lebensbereiche, Podcast-Folge 500, ich kann es an der Stelle nochmal empfehlen. Wirklich mal reinzugehen in die Tiefe und zu schauen, hey, was mache ich eigentlich? Denn was ganz spannend ist, wenn ich keine Pausenzeiten habe, reduziert das natürlich auch automatisch meine Produktivität. Das richtige Maß davon zu finden, das ist sehr, sehr wichtig. Wir persönlich haben für uns festgestellt, dass du mit einer 30-Stunden-Woche deutlich produktiver arbeitest als mit einer 40-, 50- oder mehr Stunden-Woche. Weil du damit aus meiner persönlichen Erfahrung und Sicht genau den Sweetspot erwischt hast. Das heißt, genau den Bereich, wo es am meisten Spaß macht, zwischen Anspannung und Entspannung. Überprüf das einfach mal für dich, ob das so auf dich auch zutrifft und vor allem überprüf mal für dich, welcher dieser fünf Punkte insgesamt momentan für dich noch am meisten Herausforderungen bereitet. Und dann ist klar, was zu tun ist, setze das entsprechend um. Wenn du sagst, Raik, alles klar, habe ich verstanden und ja, tatsächlich, tue ich mich schwer damit. Dann lass doch einfach Folgendes machen. Lass uns das einmal gemeinsam anschauen. Geh auf raikhane.de slash austausch, buche dir dort deine Potenzialanalyse und dann können wir gemeinsam uns anschauen, wo du momentan deine Effizienzen hast und vor allem mit welchen einfachen Methoden du schaffst, dieses Potenzial auch wirklich zu heben. Also raikhane.de slash austausch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017